Hallo zusammen! Hör mal, wie verrückt ist das denn? In ganz Köln hängen tausende Plakate, wo ich mit drauf bin. Oh weih, oh weih, das macht mich ein bisschen nervös. Aber wisst ihr, worum es sich geht? Am 13.06. ist die Nacht der Sieger. Und zwar gewonnen hat 2013 die Gruppe Milieu, 2015 Fiasko und 2017 der Guthalte Mr. Totler. Kommt am 13.06. ins Milowitschtheater und seid mit dabei. Wenn die drei Bands, also quasi die zwei und ich, wenn wir einen Abend Musik machen. Kommt vorbei und seid dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganze Veranstaltung. Ich freue mich auf euch. Ich würde sagen, wir singen jetzt noch. Malte Tune bis zum 13.06. Tschö!